Warum soll jeder nach Graz kommen und in TU um Architektur zu studieren? Soll nicht jeder kommen. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Schulen sich durchaus unterschiedlich positionieren und auch profilieren, was auch für die einzelnen Institute an einer Architekturfakultät gilt. Und in Bezug auf Österreich haben wir sicher insofern einen gewissen Vorteil gegenüber zum Beispiel Wien, einfach durch die Größe. Also bei uns beginnen, wie schon gesagt, im Moment ungefähr 140 pro Studienjahr. In Wien sind es zumindest ein Papier fast 1000, wirklich beginnen dann vermutlich 650 oder so. Und wir sind also insofern klein und überschaubar, sowohl was die Studierenden betrifft, die untereinander ganz anderes kommunizieren können, als auch die einzelnen Institute. Dann auch ganz generell, wie wichtig ist es, dass es eine Studienvertretung gibt, die sich politisch engagiert? Politisch engagieren? Gar nicht. Nein, ich finde schon, dass wir durchaus die Stimme von den Studierenden sind in den ganzen Kommissionen und so. Und das ist irrsinnig wichtig, dass es sozusagen diese Stimme auch gibt in einer Diskussion, die halt sehr von Professoren eigentlich geprägt ist. Und dass man da manchmal was dagegen hält, ist sicherlich notwendig. Und außerdem, also wir machen eben nicht nur Politik, sondern es gibt auch zum Beispiel die erstsemestrigen Tutorien und das Start-up-Paket zum Beispiel haben wir, was von uns organisiert wird. Und wenn wir wegfallen würden, wären so Annehmlichkeiten auch weg, sozusagen. Ja, die direkte Ansprechperson wäre halt nicht mehr dagegen gegeben. Und man merkt schon, dass die Studienvertretung für die Studierenden selbst immer weniger wichtig wird, weil es einfach, ich weiß nicht warum, aber der Kontakt zu den Studierenden fällt immer mehr weg, weil es einfach, also es gibt nicht weniger Probleme, aber mehr Probleme werden angenommen einfach. Wir sind nicht die erste Kontaktstelle, Facebook-Gruppen von breiten Halbwahrheiten, also da gibt es verschiedene Gründe. Aber wir versuchen das immer wieder zu stärken, aber das ist halt, wer nicht will, will nicht. Wie funktioniert der Austausch mit anderen Universitäten? Gibt es da irgendwie Kommunikation? Es gibt schon Kommunikation, die allerdings großteils durch persönliche Bekanntschaften motiviert wird. Es gibt auch immer wieder den Versuch, gemeinsame Projekte zu entwickeln. Wobei es allerdings so ist, dass die Haltungen, wenn man das so nennen kann, an den einzelnen Schulen doch sehr unterschiedlich sind, was durchaus positiv gesehen wird. Und man ist jetzt die Frage, was bedeutet Austausch? Oder was kann das überhaupt bedeuten? Also wir kooperieren inzwischen eher mit anderen Universitäten im Sinn von Wärmetechnik zum Beispiel oder Prozesse-Technik, also speziell auf der Forschungsebene. Es ist eher spannender, mit anderen sich auszutauschen, weil man da natürlich sehr viel lernen kann, als jetzt unbedingt mit einer anderen Architekturfakultät. Woran liegt das? Also in meinen Augen gibt es nicht wirklich eine Notwendigkeit. Also der Austausch zum Beispiel mit der TU Wien passiert jetzt im Wesentlichen im Bereich von Summer Schools. Und da ist es dann spannend. Im Semester selber ist es schwierig. Wie funktioniert der Austausch unter den Studierenden? Passiert das in den Zeichenseelen? Der meiste Austausch, der engste Austausch ist sicherlich der in den Zeichenseelen, weil da ist man sozusagen eine kleine Gruppe, die ein bisschen funktioniert wie eine Großfamilie. Das heißt, man kennt sich sehr gut, man kennt sich meistens über Jahre hinweg. Und das Schöne in den Zeichenseelen ist eigentlich, dass da Studierende von sehr vielen unterschiedlichen Semestern zusammenkommen. Das heißt, es gibt jemanden, der vielleicht schon am Diplom sitzt und der kann vielleicht jemandem helfen, der erst im ersten Semester ist. Und da funktioniert sicherlich der Austausch am besten. Wobei man sagen muss, dass eben nicht einmal 20% der Architekturstudierenden im Zeichenseel sind. Also dementsprechend der Austausch von diesen 20% funktioniert gut, der Rest sporadisch, sagen wir so. Und das sind quasi nur die 20%, die sich dafür interessieren? Es gibt mehr Leute, die sich dafür interessieren, immer. Also es wird auch gerade an der TU daran gearbeitet, dass wir eben Arbeitsplätze für alle kriegen und dass das anders funktioniert. Aber die Architekturzeigenzelle haben halt eine ziemlich große Tradition bei uns und es ist schwer, da irgendwie mit neuen Ideen irgendwie etwas zu brechen. Das grundsätzlich alte Schema von 1968 mit Bewerbungen und Fixplätzen ist eben nicht mehr da. Wobei es nicht mehr ganz so elitär ist wie früher. Also früher hat man sich bei den Zeichenseelen wirklich mit Portfolio bewerben müssen und du wirst sozusagen nach deiner, nach der Qualität oder wie du heitektonisch zu dem Zeichensaalplatz, zu dem Zeichensaal passt, ausgewählt. Und jetzt sind es halt mehr so... Kennenlernabende. Ja, Kennenlernabende und man wird nach Sympathie ausgewählt und beides finden wir halt eigentlich nicht zufriedenstellend, weil sozusagen eigentlich jeder, der inskribiert ist, eigentlich das Recht hat, so einen Platz zu haben. Was würdet ihr nach dem Studium ändern wollen oder was versucht ihr zu ändern? Der Unterschied zwischen der Fachhochschule und der Universität wird eigentlich immer kleiner und ich persönlich bin mir nicht sicher, ob man nicht wirklich auf der Uni etwas universeller an die ganze Sache rangeht und nicht ganz so schulisch. Also das würde ich wahrscheinlich verändern wollen. Das große Ding, was aus 2009 geblieben ist, ist, glaube ich, Bildung statt Ausbildung. Das ist in der Architektur jetzt wieder ein bisschen schwieriger zu sehen, weil wir doch halt auf einem technischen Beruf ausgebildet werden. Aber man darf dabei, glaube ich, die Bildung nicht übersehen. Also man darf das nicht zu sehr verschulen. Und umgekehrt ist es mir schon so etwas eher Anliegen, praktisch meine Erfahrungen aus dem Berufsalltag insofern einzubringen, umgekehrt in meiner Rolle als Studienplan, um Studiendekanum relativ genau zu sagen zu können, die Dinge sind wesentlich, die Dinge sind nicht wesentlich. Das hat ganz schwer auch mit sowas wie mit diesen Diskussionen zu tun, weil sehr viele junge Menschen glauben, man sollte ja nur mehr das lernen, was man unbedingt braucht in der sogenannten Praxis. Aber was wissen wir schon, was wir in der Praxis brauchen? Das ändert sich ja ständig. Und deswegen bin ich in Bezug auf das Architekturstudium auch der Meinung, man muss so weit wie möglich viele Aspekte des Berufs kennenlernen, um dann mehr oder weniger auch Entscheidungen treffen zu können, wie man seinen Berufsalltag gestalten will. Aber die Skills, die man dann braucht, um den Beruf auszuüben, das sind, also jetzt in Bezug auf Kommunikation mit Bauherren, Verträge, all diese Dinge, das kann die Universität nicht leisten. Und das ist nicht ihre Aufgabe. Das ist unsere Abschlussfrage. Welche Ratschläge oder welchen Tippen möchtest du jedem Architekturstudierenden mit auf den Weg geben? Also das Wichtigste ist, glaube ich, die eigenen Möglichkeiten einschätzen zu können. Und dass man sogar seine Qualitäten kennt, aber auch seine Schwächen. Weil das Schlimmste, was einem in dem Beruf passieren kann, ist, dass man seine eigenen Möglichkeiten falsch einschätzt. Also das ist der allgemeinste Ratschlag, den ich geben kann. Weil die Welt ist voll von Architektinnen und Architekten, die sich falsch einschätzen. Probieren geht über Studieren auf jeden Fall. Und das Zweite, vielleicht unzufrieden bleiben, mit sich selber, hungrig bleiben und sozusagen die eigene Unzufriedenheit nutzen und sehr viel Kreativität und Potenzial daraus zu schaffen. Das ist sicherlich ein Tipp, den ich geben kann. Das ist natürlich das Aufmerksamkeit. Das war das Vor her, dasども away von施 organs. Das war der Welt. Das war das Brute, das wir heute noch nie verbinden. Ja, das war ein Faust, das weibüt porque her objeto bleibt. Das die Machedır, mit dem ray Spaß macht, sondern ihr habt es, dass sie formen Zweite pullehen. Und das jetzt kommt darauf an, um mujeres Brustivelismus, was unser Kreativität haben. Und das geht nicht polls 해요. Es gibt viele Punkte, sehriyor.